Da sind noch Reste drauf. Jetzt bin ich stolz. Jetzt müssen wir das hier gerade rein. Senkrecht nach oben. So ca. 10-15 cm eintauchen. Jetzt aufpassen auf die Gerade. Ja. Jetzt wird es möglich sein. Aber nicht zu stark. Jetzt wird es möglich sein. Wunderbar. Okay. Und auf geht's. So. Das haben wir schon mal, oder? Ja. Wie heißt das noch? Gouge-Bock. Gouge-Bock abrollen. Gouge-Bock abrollen. Ja. Und dann unter gleichmäßigem Druck abrollen. Schauen wir mal. Wenn die mit stehen, dann eher hinten leicht mit anheben. So. Ja. Geht ganz gut. Geht ganz gut. Geht ganz gut. Gouge-Bock. Dankeschön. So. Lass doch. Wie geht es? Und? Erlebt ihr's? Analoge Welt. Papier. Wir sehen uns beim nächsten Mal.